so hallo so jetzt nehmen wir auf egal ob es das video gut oder schlecht wird oder ob es fehler enthält ich habe mir vor wochen ein neues keyboard gebraucht erstanden ein so genanntes yamaha tyros 1 und heute habe ich es zum ersten mal geschafft einen eigenen style mit vier takte selber zu programmieren und den möchte ich jetzt einfach einem breiten publikum naja breiten publikum vorstellen schauen wir uns mal das ganze einfach mal an so jetzt stellen wir alles ein dass es kracht und knallt und dann geht es gleich los und du sie vor going Musik Musik Feels like home 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020